Der längste Laufsteg der Stadt, über 150 Freizeitmodels. Das ist der Fashion Day 2017, veranstaltet von der STG Stadtmarketing und Tourismusgesellschaft. Fashion Day Gesicht Annika Scheehl ist mit dabei, wenn die Händler der Innenstadt ihre neuesten Herbstkollektionen präsentieren. Ich bin die Susann Walter und wir sind unser Team hier aus der Schickeria. Völlig erschreckend, schon der neunte Fashion Day und wir sind wirklich vom ersten Tag an mit dabei und freuen uns jedes Jahr aufs Neue. Ein Highlight für mich ist wirklich, dass seit neun Jahren uns der Wettergott wirklich noch nie im Stich gelassen hat. Und ich auch dieses Jahr hoffe, dass es wieder traumhaftes Wetter sein wird. Wenn ihr wollt, kommt gerne, wir würden uns freuen und überzeugt euch von diesem absoluten Highlight. Das Fashion Day. Da kann der Herbst ja kommen. Der Fashion Day am 1. September um 18 Uhr auf dem Neustädtischen Markt. Der Fashion Day am 1. September um 18 Uhr auf dem Neustädtischen Markt. Der Fashion Day am 1. September um 18 Uhr auf dem Neustädtischen Markt. Untertitelung des ZDF, 2020